Ich habe noch was vergessen, was wichtig ist. Dazu gibt es eine kleine Anekdote. Wenn ihr fertig seid mit eurem Drink, mit eurem Eggnog, diesen bitte dann verschließen und kühl stellen. Und dann wirklich ein, zwei Stunden warten, bevor ihr ihn trinkt. Ich war 1977 im Goals Gym und im Wins Gym und dort traf ich auf die Baben. Da gibt es mal ein Foto. Die haben auch nachher Filme gemacht. Die waren am Anfang ihrer Karriere, um es kurz zu machen, wir haben uns angefreundet. Ich habe mit denen zusammen trainiert, waren sehr stark die Typen, ganz witzige Typen. Und die haben extra ihr Medizinstudium in Washington abgebrochen, um Bodybuilding-Karriere zu machen. Die haben mich dann eingelagert in ihr Apartment dort in Venice Beach. Und ich habe dieses Apartment gesehen und da war nichts im Apartment. Da waren immer Tratze, da haben die geschlafen, einen Tisch, einen Stuhl und einen Kühlschrank. Und wir haben den Kühlschrank aufgemacht und der ganze Kühlschrank war voll mit Eiern. Und dieser Half-on-Half-Geschichte. Und sie hat natürlich gefragt, was ist das denn? Ja, sagte Paul, einer von den beiden, wir trinken jeden Tag den Eggnog. Und zwar 36 Eier jeden Tag. So wie ich ihn eben gezeigt habe. Und die waren wirklich clean zu der Zeit und sahen riesig aus. Es gibt da Fotos. Also wir waren wirklich privat. Die haben wirklich gesagt, wir bauen uns hier auf mit dem Pondin Chirona, mit diesem Eggnog. Und das ist die kleine Anekdote. Und meine Kumpels, die konnten das nicht erwarten. Wir sind in unser Apartment, haben diesen Eggnog fertig gemacht. Und dann war er noch warm. Die Eier waren noch warm. Und im Schilker und so weiter. Und dann hat der Erste getrunken und hat sich fast übergeben. Warm könnt ihr das Zeug einfach nicht trinken. Kalt schmeckt es wie Eiscreme. Also bitte kalt stellen. Und dann habt ihr wirklich auch den Effekt. Und das ist wirklich perfekt old school. Und es ist wirklich wirksam. Es funktioniert. Also der Ruhe, macht euch keine Sorgen über den hohen Anteil an Fetten. Ganz im Gegenteil. Die geben euch massig Energie. Und es wirkt wirklich, es funktioniert wirklich. Euer Wolfgang. Und das ist wirklich, es funktioniert wirklich.